Hier. Moin. Moin. Ach, du bist. Wollt ihr Dienstle hier? Ich trinke ja manchmal mal Feierabendbier. So wie gestern hab ich dich aber noch nie erlebt. Mann, oh Mann. Sonst kriegt er die Zähne nicht auseinander. Gestern versprüht er hier einen Charme wie George Clooney persönlich. Was? So kenne ich ihn auch nicht. Wir suchen die vermisste Frau hier. Hast du die hier gesehen? Guck mal, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Wieso? Das ist die Clownie. Mit der hast du doch hinten in der Ecke gesessen am Tisch. Gestern. Wie, du kennst die Frau? Ja. Wie lange haben wir da gesessen? So viel hattest du doch gar nicht getränkt, ne? Gegenfalls nicht bei mir. Wie viel war es denn? Zwei, drei Bier vielleicht. Aber da fällt mir gerade ein, du wirst abgehauen ohne zu bezahlen. Und ich hab noch nen Deckel von dir hier. Hans, so. Zwei Bier an die Silde. 6,80. Ja. Stimmt doch, ne? Und was ist dann passiert? Ist sie mit irgendjemandem mit? Ja klar. Mit dem Hans ist sie mit. Wäuse auch nicht mehr, ne? Danke. So. Na. Untertitelung des ZDF, 2020